72 72 72 Etwas müssen Musete Müssen Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss das Hotel bezahlen. Te musse wstarte rano. Du musst früh aufstehen. Te musse fiel arbeiten. Du musst fiel arbeiten. Te musse būti punktualnim. Du musst pünktlich seyn. Du musst pünktlich seyn. Vien muset zapravitisä. Er muss tanken. Er muss tanken. Vien muset remontu vate avtomobil. Er mus das auto reparieren. Er mus das auto reparieren. Vien muset mitte avtomobil. Er mus das auto waschen. Er mus das auto waschen. Vien muset robite sakupe. Sie mus einkaufen. Sie mus einkaufen. wōna muset pribrate kvartero. Sie mus di wohnung putzen. Sie mus di wohnung putzen. Wona mus prate bilizno. Sie mus di wäsche waschen. Sie mus di wäsche waschen. My mus mo ne hajno it do škole. Wir müssen gleich zur schule gehen. Wir müssen gleich zur schule gehen. My mus mu ne hajno it na roboto. Wir müssen gleich zur arbeit gehen. Wir müssen gleich zur arbeit gehen. My mus mu ne hajno it do līkere. Wir müssen gleich zum arzt gehen. Wir müssen gleich zum arzt gehen. Wir mus te chekati na autobus. ihr müsst auf den bus warten. Wir mus te chekati na pojist. Ihr müsst auf den zug warten. Ihr müsst auf den zug warten. Wir mus te chekati na taxi. chekati müsst auf das taxi warten. ihr müsst auf das taxi warten.